legion es wird zeit zu erwachen der prophet rüstet sich für die erlösung das tiberium bedeckt fast den ganzen planeten und breitet sich mit rasanter geschwindigkeit weiter aus keins vision wird dann endlich wirklichkeit endlich schwester du wirst doch nicht etwa die geduld verlieren ich meinte es nicht respektlos eure eminenz tut mir leid entschuldige dich nicht alexa unser kampf dauert schon zu lange auch ich bin ungeduldig willkommen mein kind es ist gut dass du wieder unter uns weil es du wirst feststellen dass aptissen alexa sehr leidenschaftlich ist in ihrem glauben und sie steht treu hinter unserer sache während du schliefst haben wir ganz grandiose fortschritte gemacht wir sind stark und wir sind vereint aptissen hast du legion von der philadelphia erzählt das wollte ich gerade eure eminenz sie ist das herz der gd-ion abwehr und ihre zerstörung ist erforderlich um den tacitus wieder zu erlangen ich brauche den tacitus mein kind er ist das fundament unserer zukunft der schlüssel für die erlösung denn seine macht und weisheit übersteigen alles wovon der mensch je zu träumen wagte höre auf meine schwester alexa sie wird dich auf deinem weg führen eine vision ein bisschen begeistert aus zu machen initialisieren video abweg legion unsere waffen entsprechen noch nicht den wünschen des propheten sammle deine truppen infiltriere das südafrikanische forschungszentrum der gd und bringe es für uns unter kontrolle aber bitte sei vorsichtig gegen die ionen kanone der gd sind wir machtlos noch solltest du aber entdeckt werden dürfte alles umsonst gewesen sein diese kommando zentrale ist die hauptverbindung des archivs zum weltweiten jonen kanone netzwerk zerstören sie sie haben das weltweite jonen kanon netzwerk der gd vorübergehend gestört zerstören sie den ionen kanon ablink des archivs bevor dieser neu ausgerichtet wird vorsicht was soll ich machen weil die kommande habe ich ja auch geheimdienst aktualisiert ich verstehe so wir haben jetzt hier unsere scouts mit denen wir hier hier ist meine karte okay mit freundlichen grüßen jetzt kann ich alles ein bisschen zu hier ist meine karte persönliche zustellung das könnte sich lohnen hier erstmal möglichst viele von den reaktoren zu zerstören okay hier geht mal ein bisschen gucken natürlich bin ich bereit bitte alle gleichzeitig dann verstehe ich auch vielleicht nichts konzentration unterwegs lautlos wie kriege ich die jetzt transportiert in bereitschaft ohne jede spur leise unterwegs angegriffen leise hier geht's an konzentration ach ich bin auch blöd ich hab doch eh ich arbeite allein vorsicht ah das ist das ziel ein ja okay ja wir werden natürlich bin ich bereit wir brauchen eigentlich brauchen wir die für die türme okay dann machen wir das nochmal das kommen dann nämlich nicht durch und unsere waffen entsprechen noch nicht den wünschen des propheten sammle deine truppen infiltriere das südafrikanische forschungszentrum der gd und bringe es für uns unter kontrolle aber bitte sei vorsichtig gegen die ionen kanone der gd sind wir machtlos noch solltest du aber entdeckt werden dürfte alles umsonst gewesen sein ja 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 weiß ich doch alles schon hier ist meine karte hn schädelteam das ist unser weg natürlich bin ich bereit einheit wird angegriffen können jetzt vielleicht noch mal ich gehe rein rücke vor das wird ein spaß so was habe ich hier doch ich verstehe regeneration konzentration anheit die schwingen von das ist mit dem ich auch kiesene meine herren wir haben unser ziel okay vielleicht lassen sie sich vielleicht klappt das so sogar schon viel zu viel range natürlich bin ich bereit schauen wir mal rein okay was natürlich machen schön ich warte so jetzt jetzt könnt ihr mich halt allemal kreuzweise die jungen kann ohne netzwerk offline genau mein typ legion erobern sie die forschungszentren der gd und holen sie zurück was uns gehört okay persönliche zustellung ich verstehe so ist der laden ist ja besser gesichert als kill jetzt ich verstehe feindliche einheiten in sich mit freundlichen grüßen ich verstehe hast du dich denn jetzt hier vereinheiten bekommen aus stahl mit mir ist zurecht die zu krein aus stahl ja ich bin hier okay also wieder muss ich jetzt erobern erobern okay ja die bringen wir nicht so wirklich was ich verstehe ich verstehe Ja, ich bin hier. Ich arbeite allein. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Baut. Wie ist der Plan? Bau abgeschlossen. Zu wenig Energie. Baut. Bin allzeit bereit. Bau abgeschlossen. Ist der der Nächste? Unterstützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Boah. Okay, die stürmen einfach im Tiberium. Das ist okay. Bau abgeschlossen. So. Jetzt hätte ich gerne die hier. Komm mal, nur zentraler. Alles klar. Wer ist der Nächste? Da gab es dann schon mal ein paar Scorpions. Komm. Baus. Unterstützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Baus. 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 Die braucht halt ewig für die Panzer. Aber egal. It works. einmal ausräuchern dankeschön das feuer ist eine gute woher kommen denn alles ist ich wusste meinen Natürlich bin ich bereit. Die Bruderschaft vertraut mir. Reckene! Feurige Zerstörung. Nichts kann uns stoppen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wir brennen. Die Wählung ist gemacht. So. Ich siebe das Leuchten. Feurige Zerstörung. Ausbildung. Machen wir uns an die Arme. So, den sollten wir jetzt eigentlich locker bekommen. Nice. Ah gut, ja. Da habe ich jetzt nicht wirklich was gewöhnt. Boah, die gehen mir richtig auf den Keks da hinten. Und wird angegriffen. Skorpion Panzer. Wir kommen. Feurige Zerstörung. Die Macht des Feuers ist schrecklich. Nichts kann uns stoppen. Lebt da jetzt noch einer meiner Ingenieuren? Jawohl. Skorpion ist bereit. Wir sind feurige Zerstörung. Wow. Sehr wichtig. Wir werden siegen. Skorpion ist bereit. Entschuldigt die Sauerei. Einheit für Rami. Ich siege das Leuchten. Wir werden warten. Skorpion ist bereit. Folgen ist das Leuchten. Schlagen wir los. Wir brennen. Ich siege das Leuchten. Feuers ist bereit. ich verstehe. Feurige Zerstörung. Wir sind bereit. Bin einstig bereit. Brokiano ist bereit. Natürlich bin ich bereit. Wunsch hervor. Einheit für Freud. Wir werden die Zerstörung. Ich siege die Titans ab. Ich muss hier nur noch aufräumen. Wir werden siegen. Komm! so Ja, besser ihr fahrt so hier lang. Ich kann helfen. Ich kenne den Weg. Bin allzeit bereit. Feurige Zerstörung. Wir sind bereit. Flammen sind übrig. Skopje ist bereit. So. Einheit wird angegriffen. Feindliche Basis in Sicht. Skopje ist bereit. Es wird Asche regnen. Wie ist der Plan? Ich verstehe. Ich sehe das Leuchte. Ich arbeite allein. Brücke vor. Oh, der Bauhof. Wenn wir den kriegen, dann ist da nicht mehr viel mit Nachschub. Wir haben sie. Ich singe das Leuchten. Einheit befördert. Ausdruck. Einheit befördert. Ausdruck. Einheit befördert alles wieder. Wunderbar. Okay. Mein Kommando lädt nicht mehr. Leider. Dann muss die Macht der Hinzeln. Obfache sind in Flammen. Ah, okay. Ich gebe zu, die Hubis, die nerven mich ein bisschen. Gegen was sind die denn so stark? Gegen Inwanderer. Okay. Das heißt, wenn ich da jetzt mit Radar-Buggys an Start komme, dann haben die da gar keinen Spaß mehr, oder? Räuchert sie aus. Nichts kann uns doch. Räuchert es wieder. Fügt euch eurem Schicksal. Wir haben halt nur noch sehr wenig Tiberium hier. Einheit befördert. Wir brennen. Langsam. Es ist halt doof, dass unser Kommando gestorben ist. Ich glaube, die ist halt leider gerade eben gegen diese Hemmer jetzt gestorben. Suchen wir sie. Feindliche Einheiten in Sicht. Die tun natürlich weh. Das steht als nächstes an. Das ist eigentlich ja. Ach, nur wenn wir noch ein paar Raketen drücken. Einheit wird angegriffen. Ja. Das ist natürlich jetzt ein leichtes Ziel, aber. Ja. Ja. Also von der Bay steht jetzt nichts mehr. Oh, Lüge. Feindliche Einheiten in Sicht. Gehen wir auf die Jagd. Einheit wird angegriffen. Ach. Wo sind die Feinde? Einheit verdoben. Wir brennen. Es wird erschöpft. Es wird erschöpft. Es sind glückhaltige Dinger. Was steht als nächstes an? Echt herrlich. Wo sind die Feinde? Nichts kann uns stoppen. So. Ich werde noch ein paar mehr Raider Buggys brauchen. Also wenn wir so sechs, sieben Stück haben, dann sollten die Helikopter eigentlich keine Chance mehr haben. Ich frag mich so ein bisschen, wie der immer noch dazu kommt, irgendwie Fliegelheiten, also irgendwie so viele Einheiten zu bauen. Die da hinten irgendwie auch noch eine Base. Es wird erschöpft, mehr Weingart! Sollten wir schlecht mal auf den grundgehenden Frage, der Antwort auf diese Frage. Wir brennen. Unser Schutzpunkt wird angegriffen. Gehen wir auf die Jagd. ich sehe das leuchten opfern sie den flammen zwei rader buggys dabei nummer zwei und den betran hier daumen ach guck mal die kaserne weniger das haben wir eigentlich alles geweibt hier oder hier werden sie so das heißt noch mal ein paar ingenieure gebaut die bruderschaft vertraut haben wir hier noch irgendwo eingestehen und ich ich kann helfen das könnte nützlich sein aber jetzt sollten wir wirklich keinerlei problemen die bruderschaft vertraut werden warten freundliche einheiten in sicht ok wird angegriffen das ist ja wirklich lege leicht vertrauen sie mir so du hier wenn er massig zeit und jetzt noch das letzte so schicken wir noch auf reisen und dann haben wir es zu rechnen ja schön aber doch der missionsauftakt ja eigentlich ganz gut ganz gut gewuppt ist der ingenieur nun mal ein bisschen laufend das sieht immer so aus als würde der so ein bisschen in aber es geht eigentlich noch aber warum zwei hänker brauchte so einen riesen schraubenschlüssel arbeiten wir zusammen was brauchen sie kommen die und kann uns fünf fällig. Super. Geschafft. Feurige Zerstörung. Gefäule besetzt. Initialisiere Videoabblick. Legion, die GDI ist uns technisch ab jetzt nicht mehr überlegen. Die Bruderschaft stellt dir in der Forschungsabteilung ein Arsenal neuer Waffen zur Verfügung. Du bist die Faust des Propheten. Friede durch Macht. Cool. Hammer. Subidubi. So. Auf in die nächste Mission.